hallo und herzlich willkommen zu let's play game dev tycoon erst mal ein gutes neues wir sind in 2014 angekommen und mal gucken was es uns bringt klick to start game klick klick blablabla so mein projekt wie nenne ich denn die firma blablabla kann sich jeder merken der player nennt sich player doch männlich ach die haarfarbe ich dachte schon ein tisch oder so egal weiter continue if you ever want to review ach nee das lese ich jetzt nicht vor so ich habe meine eigene firma ok natürlich in der garage war auch cool supporter ja 8 zu 6 beste spiel der welt na ja was muss ich denn jetzt spiel wollen wir machen denn wieder spiegel wie nennen wir das spiel ja ich bin etwas krank also nicht wundern ganz beliebt schieß schieß spiel material arts shooter movies live oh ja ist live bei den amis ganz normal die schießen ja das öfter das natürlich dann wo ja das ist eine simulation dass man in g 64 dann nimmt natürlich wenn natürlich die beste grafik haben doch 2d grafik brauchen wir schon klingt baby ich werde nicht gesund okay ich glaube was machen was denn ich glaube ja auch ein stück größer vom game von der engineer freuen sich ja sowieso die meisten spielerinnen jetzt läuft das ding technologie punkte punkte mehr punkte umso besser spiel ok guter mann ja fein aufschreiben stage 2 das lassen wir genauso ich finde das passt eigentlich ja es entwickelt sich eigentlich echt gut bis jetzt basic sounds was nehmen wir denn da das world design wir haben die 2d grafik drin mit basic sounds was soll mir denn früher eigentlich wichtiger denn spielen auf die grafik habe ich jetzt nicht so unbedingt geguckt fand das ja trotzdem atemberaubend dass da pixel fliegen oh gott ey ja ich bin krank ähm world design doch die welt die war immer irgendwie atemberaubend auf jeden fall ein stück größer ich habe anscheinend so einen linkshang die guten sachen was ich hier immer will so einen link egal oh das stimmt ja da oben ist ja das geld habe ich darauf geachtet naja bugs müssen natürlich gefixt werden soll ja kein dc draus werden bugs 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 überall nur bugs fish die spiel ist ready also viel ok release game ok Okay, gut Topic, ich weiß ihm Bescheid. Okay, you should have games soon. Jetzt bin ich mal gespannt. Waste of time, Star Games. Mew, na toll. Oh man. Yay, wir waren erfolgreich scheiße. Close message and I click on the screen and bring up the action menu. New comment in the game industry has just released the first game. The game had a moderate bla 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 bla. Live in the future. Okay. Okay. Egal wo ich hinklicke, es kommt immer das gleiche. Custom research. Achso, okay. Ich habe 16 Research Points, also möchte ich die auch irgendwie nutzen. Custom. Custom Game Engine. 50 habe ich nicht. Dann nehme ich eben New Topic. Ufo. Really? A dance will ich nicht. Time Travel. Neh. 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 Komm schon. 5900. 6000. Äh. Yay. Ich kann jetzt Ufo-Spiele machen. Es wird immer weniger, was ich einnehme, aber immer noch zu viel, was ich ausgebe. Das ist doch scheiße. Komm schon. Wenn ich die... Wenn ich die 8K reicht habe, dann habe ich null Ding Bumsens. Äh. General Game Report. Neh. Ich möchte ein neues Spiel machen. Äh. Neh, nicht das denn. Ufo habe ich ausgewählt. Dann möchte ich, äh, papapapapa. Ufo schießen. Neh. Oder Ufo-Klatsche. Ufo-Klatsche ist top. Natürlich Ufo. Das Genre ist dann... Äh. Ist ein Actionspiel. Plattform ist... Ich mache es jetzt mal auf dem PC. Auch wieder mit 2D-Grafik. Oh, das frisst schon wieder Kohle, aber es geht nicht mehr. Ich will aber diesmal nicht so eine tolle, tolle Engine haben, sondern ich möchte ein super Gameplay haben. Das muss es jetzt voll rausreißen. Okay, also wir haben schon ein bisschen Kohle gemacht mit unserem Schießspiel. Jetzt hoffen wir mal, dass die Ufo-Klatsche auch so reinhaut. Ja, fein macht er das. Ähm. Mhm. Mhm. Level-design. Die Dialoge sollen lustig sein. Also machen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr von den Dialogen. Äh. 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 Okay. Eigentlich nicht mal so doof, dass wir jetzt beim PC gelandet sind. Der Kommandor war ja langsam aus. Ja. So. Stage 3. Gedient hat. Äh. Würde es sein, machen wir da jetzt nicht so prickelnd. Die Grafik, die soll voll reinhauen. Power-Grafik ist zwar bloß 2D-Grafik, aber scheiß die Wand an. Die möchte ich richtig am Bummen haben. Die Leute sollen sich da vorsetzen und denken, oh wie geil, wie geil. Oh, ich hab nicht mehr viel Geld. Das muss jetzt voll mit dem Durchbruch sein. Bitte lass es was Gutes sein. Äh. Äh. Gibt schon mal viel Plus. Release-Game. Das muss jetzt sein. Bitte sag mir was Gutes. Äh. Cayman. Na, 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 na. Was? Pretty bad? So schlecht? Not much fun. Oh. Not bad. Not good. Ja, das geht schon. Böse. Oh, Mann. Hm. Immerhin, es macht schon mal Geld. Es gibt halt immer Dumme, die es kaufen, ne? Nivento. Ne, Nintendo. Es ist eine eigene Home-Game-Kansone für Nintendo. Donkey Kong, haben sie gemacht? Hm. Ich überleg gerade. Ich hab doch wieder Research Points. Los, Research. 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 Äh. Wenn ich da jetzt... Nein, 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 nein. Ich mach unter den alten Topics, weiß ich. Hm. Hm. Wir sind beide jetzt eigentlich nicht so wirklich gut rübergekommen, ne? Fans. Null. Versteh ich gar nicht. Was soll denn das? Hm. Hm. Wenn ich jetzt nochmal ein Game rausbringe. Dann, dann. Schauen wir mal. Live. Big Game. Mit ne Simulation. Aufm PC. Das können wir. Ach, scheiße. Das kann ich mir gar nicht leisten. 15.000. Ich hab bloß 12.000. Kann ich das einfach freilassen? Geht das? Nee, das brauchen wir sicher. Hm. Brauch ich auch. Das ist zu doof. Aaaaah. Ah, Hilfe. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Äh, ja. Was mach ich denn da? 15.000 hab ich nicht. Okay. Ja, dann müssen wir nochmal researchen. Medieval. Immer gut. Obwohl, ich könnte das Ganze einfach auch sparen. Wenn ich wieder Kohle habe, dann mach ich ein neues, gutes Spiel. Jetzt hab ich Kohle. Develop a new game. Ähm. The game. Total toller Name. Kann sich jeder merken, weiß jeder was gemeint ist. Äh, so. Live. Simulate. Aufm PC. Wie nennt's die Sims? Mal gucken. Oh, Mensch. Was will denn mein Handy ständig? Ähm. Nur gemeck am Handy. So, aber direkt weiter. Die Sims. Ähm. Machen wir auch mit 2D-Grafik. Oder wenn wir das textbasiert mal machen. Nein, wir machen es mit 2D-Grafik. Die Sims hatte, glaub ich, nie eine textbasierte Version. Nicht das hier. Äh. Ja, ist, ist klar. Ich bin im Minus. Fick dich doch. Dann machen wir das jetzt ganz ausgeglichen. Da soll alles toll sein. Das ist mir scheißegal. Wahrscheinlich geh ich danach direkt gleich pleite. Ich, ich hab so ein ganz schweres Gefühl. Wir sind ja jetzt schon im Minus. Ich glaub, das ist mittig. Äh. So, ja. Ist schön. Okay. Damals gab es die Sims eigentlich noch gar nicht. Grafik runter. Ja, ich denk das passt schon so. Hoffe ich. Ich bin schon Minus 18.500. Okay. Es sieht schon mal besser aus als vorher. Release Game. Video von Predator. Ach, Green Hunt. Ja. Ja. Ja, ja. Mach ich doch gerne. Ich kaufe immer gerne so Green Games. Ja, eigentlich nicht. Ist eigentlich mein erstes, wenn ich das so bedenke. Ja. Obwohl ich hab Never gekauft. Never war glaub ich auch ein Green Game. Ich hab keine Ahnung. Ach scheiß die Wand an. So. Ich hab 6 Fans. Na? Na? No? Ah. Ja, ja. Ohnenswert. Puh. Mach das gleich. Bei Game Hero krieg ich nur Scheiß raus. I like it. Super. Ich glaub es gibt jetzt richtig Kohle. Ja, 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 ja. Hm, hm, hm. Could you excuse me? Oh, das klingt doch. Hm. Gucken wir mal, was wir da Gutes reinkriegen. Bis jetzt richtig gut Kohle. Ja. Muss ich nochmal gucken. Die Sims, genau. Da hab ich wenigstens schon Fans, ja. Ufo-Klatsche. Ach für'n Arsch. Schießspiel war für'n Arsch. Aber die, die, die Sims, die kommen voll gut rüber. Das war jetzt, glaub ich, mein Durchbruch. Game History. Hm, 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 hm. Extra Cash when you're balance low. Glaub, der Moment ist gerade da. Äh, Game Backdrops. Simply Background Graphics for Game. Hm, Sprite cheaten. Okay. Hm, scheiße. Die würden ein Base-Programm. Gucken wir doch einfach mal. Wir nehmen jetzt... Fünf Wochen, vier Wochen. Ich würd' jetzt einfach das mal nehmen. Oh, es darf nichts zu betonen. Ja, machen wir mal. Wir kriegen ja immer noch Kohle durch die Sims, weil das verkauft sich ja relativ gut. Okay, der neue Nintendo ist raus. Okay, jetzt guck ich nochmal, ob ich schnell was anderes... Was das nicht viel ist. Machen wir das noch schnell. Kohle ist Kohle. Und passt das wieder. Blub, 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 blub. Die sind auf dem Market, die sind... Ohohohoho. Gute Sims. Ja. Kohle. So. Das war schon mal der Anfang. Wir haben die ersten paar schlechten Games schon rausgebracht. Also... Schlecht ist ja noch untertrieben. Und die UFO-Klatsche ist gar nicht angekommen. Schießspiel kann man auch voll vergessen. Obwohl, die haben alle ihr Geld, glaube ich, wieder reingebracht. Bis auf die UFO-Klatsche. Die Sims ist voll angekommen. Mal 56 Fans. Tolle Sache. Haufen verkauft. Dann würde ich sagen... Mach ich so morgen mal das nächste Let's Play. Lad's dann auf YouTube hoch. Und wünsche ich euch noch einen schönen Abend.